ja hey wir streamen heute um 18 uhr allerdings mit einer stunde delay zum ghost on the center start und ja keine ahnung das heißt wir sehen uns dann mehr oder weniger so dass ich halt um 17 uhr schon anfangen da gibt es ein bisschen warm up also so richtig losgehen wird es dann bei euch sozusagen um 19 uhr mehr oder weniger mit dem was ich halt um 18 uhr sehe ich möchte ein bisschen stream snipen verhindern also an alle tribes da draußen die mich gerne stream snipen würden ja wird weniger was in der beschreibung verlinkt also beim stream dann werden noch mal die leute sein bei denen ja auch vorbeigucken können bei meinem track könnt ihr auf jeden fall auch bei phoenix vorbeischauen der stream allerdings auf youtube in der wird allerdings vielleicht auch was anderes machen wie ich heißt ja lohnt sich vielleicht auch mal bei dem vorbeizugucken und ich glaube bei masum könnt ihr auch mal vorbeigucken der stream da auch aber ich weiß nicht wann der anfängt ja und dann würde ich fast sagen sehen wir uns morgen im stream also nein heute ich nehme es gerade noch abends davor auf ihr könnt natürlich bin natürlich auch gerne auf den server joinen insofern noch irgendwie platz ist nur mal gucken wir haben jetzt echt einige leute die sich gemeldet haben und ja dann sehen wir es na gut habe ich noch irgendwas vergessen ich glaube nicht ach so ja klar ihr kommt was und wenn ihr wollt weil ich habe gemerkt so was kann ich mal so billig ne spaß beiseite mit so was fang ich ja gar nicht erst dann also ihr könnt natürlich schon was den netten aber der tag an dem man das den leuten erklären muss dann ist youtube gestorben naja gut also dann bis zum stream